Von oben auf die Dinge zu schauen, bekomme ich eine neue Perspektive. Manches, was mir unten unüberwindbar und riesengroß erschien, ist von hier aus klein. Ich bekomme einen weiteren Blick über die Welt, schaue über den eigenen Tellerrand hinaus, sehe, wie bunt und vielfältig die Welt ist. Ich kann auch vom Kirchturm, wie hier von der alten Pfarrkirche, zum Kirchturm gucken. Hier ganz nah und auch weiter in unserem Dekanat. Ich sehe die Marienkirche. Ich sehe Orientierungspunkte. Wie kleine Orientierungspunkte ragen sie neben dem Kraftwerk als spirituelle Kraftwerke hervor, wie jetzt zu sehen, ganz links klein am Kraftwerk die St. Peter und Paul Kirche. Von oben gesehen sind die Wege zueinander gut zu sehen und gar nicht so weit. Sie bilden ein Netzwerk, wie auch jetzt die Kirchen hier, der Pfarrgruppe und St. Nikolaus und die evangelische Kirche. Und auch noch weiter, wenn wir schauen Richtung Stadt Hanau, hinter der Brücke bis zum Fulda. Und das Netzwerk unter uns kann klingen wie die Glocken, die von Kirchturm zu Kirchturm läuten, die wir voneinander hören, so wie hier die Glocken in der alten Pfarrkirche St. Johann. Es ist die letzte Woche vor Ostern. Die Sonne scheint. Es wird Frühling. Auch wenn in vielen Bereichen unseres Lebens es dunkler ist, jetzt, nach dem ein Jahr Lockdown ohne Ende in Sicht, sehen wir von hier oben, dass die Sonne auch über die schattigsten Ecken scheint. Es kommen die K-Tage und dann wird Ostern. Auch wenn es um uns dunkel ist, vielleicht auch gerade dunkler wurde. Auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen müssen. Wir haben die Zusage, dass wir die Hoffnung haben dürfen auf Erlösung. Hoffnung, dass alles gut wird. Aber eventuell ist... Untertitelung des ZDF, 2020